So holen Sie mit Sicherheit Ihre Außenstände wieder herein. Ohne Inkassobüro, Anwalt, Mahnbescheide und andere teure Methoden. Außenstände hat fast jeder Unternehmer. Gewöhnen Sie sich aber nicht an diesen Missstand. Und spannen Sie keine Inkassobüros, Anwälte, gerichtliche Mahnbescheide oder andere Geldfresser ein, um Außenstände einzutreiben. Denn meistens zahlen Sie dadurch nur noch unnötig drauf. Lassen Sie sich von mir einen viel klügeren Weg zeigen, wie Sie an Ihr dringend benötigtes Geld kommen, ohne dass Sie diesem Geld gutes Geld hinterherwerfen müssen. Aus meiner jahrzehntelangen Erfahrung als Unternehmer kann ich Ihnen sagen, es geht anders. Dieser Ratgeber präsentiert Ihnen eine Reihe höchst kreativer, aber vollkommen legaler und ethischer Methoden, mit denen Sie Ihre Außenstände eintreiben können. In 9 von 10 Fällen werden Ihre Schuldner dann zu Sofortzahlern. Resultat, Sie sichern Ihr wirtschaftliches Überleben und steigern Ihre Liquidität. Das Buch Schacht im Schuldner hilft Ihnen, den Arbeitszeit- und kostenintensiven Faktor Inkasso drastisch zu reduzieren und Ihre Einnahmen zu steigern. Das Buch Schacht im Schuldner